Das Einsatzgebiet zurück! Bist du irgendwas? Nein, nicht wirklich. Wirklich nicht. Ich werde trotzdem da unten gehen irgendwo in Quarry. Ja, können wir gerne machen. Ja, will ich über. Weil... Ja. Ich geh mal da an. Mal, dass du noch nicht geliefert bist, ja. Gibt's Kopfgeld in den Fiss? Ah, fuck, da ist oben Geld. Naja, ich hab die Seite eh nicht spielen. Das ist ein gutes Zeichen, dass noch keine Dauer. Versorgungsstation in Sichtweite. Ah doch, da war schon wer. Ja, natürlich ist das da auch wirklich lecker. Da! Bleib, Marker. Zwei, zwei oder drei, oder? Ja. 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 Drei, zwei, zwei. Zwei, zwei! Zwei, zwei, zwei! Zwei, zwei! Zwei! Zwei, zwei, zwei! Ich hab die Zwei! Zwei! Ah, der ist nur gegenüber von mir. Warte ich mir mal kurz blätten. Folgt der Bauten! 2 noch. Die verpissen sich jetzt wahrscheinlich auch, oder? Oder kommen die hinten rum? Vielleicht kommen die von der anderen Richtung. Du darfst nicht jetzt schlägst, denn so, schau mal. Aber ich glaube, die haben Ghost, wenn einer hinten ein Raketenwerfer hat. Ja, die haben Ghost, glaube ich. Kommen die wieder? Ja. Hä, wieso hat er jetzt aufgehört zu schießen? Ja, da, da, da. Fuck der. Fuck der, Alter. Ich muss grad verlesen, Alter. Direkt links. Hä? Ach. Ach. Der Feind springt über dem... Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Äh, ist doch klar, oder? Der läuft oben. Schon wieder eine. Das war knapp. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Alter. Alter. Schön, schön. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitsvolle wird verletzt. Flöter in den Kild. Über die Uhren reicht's. Äh. Ja. Oh, ne. Oder ich glaube ich ne... Ne, ich nehm jetzt eher mit dem. Äh. meine fresse ich hab jetzt Raffnitzel hier ist lauter Fono, alles klar, Schalterschlag gestartet ja, der haut in die ich mach nur mercy ähm fuck 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 äh, soll ich irgendeine Waffe für dich droppen? ich könnte eine Mac-10, Mac-10 droppen fuck jetzt hab ich ach maaaain der hat den letzten der hat das letzte der hat das letzte der hat das letzte den letzten den letzten Slide nach unten nicht genommen und dann hab ich schon auf x drückt gehabt alles klar der hat den der hat den jetzt ist es doch bleib der das ach, Moni, hab ich jetzt gar nix am Berg an gar nix da müssen das fast gehen Oder rechts? Jo. Ich pack hier erstmal meine Hälfte. Jo. Oh, die wird sich ja tot liegen. Yeah! Ja! Hier geht's glaube ich nicht hoch, oder? Ist hier noch jemand? Kann man hier noch looten? Kann man hier wahrscheinlich woanders passt? Ah, hier wurde aber gleich schon glooted. Hier findest du wahrscheinlich nichts mehr. Jo. Ne. Wir können also Auto nehmen. Okay, egal. Nö. Davon ist noch gewonnen. Kannst du auch. Jetzt hier. Oh, jeder. Echt, das ist ganz toll. Wann zu sein, oder? Das hat die Wiese. Geht da was? Ist hier jemand? Der ist doch unten drin. Geh ins Zielgebiet. Du hast nicht viel Zeit. Ui, 500 Meter. Nice. Oh, shit. Von wo? Wo ist der? Hier, irgendwo rein. Ich dachte, das wäre schon besser geklärt. Erledige das. Mein Pastor, Alter. Hä? Wie hat denn er dich da bitte runtergesnipet? Nein. Ach. Äh. Wie gesagt, so sterbe ich jedes Mal wie so eine Kacke. Bei Schiepeppingen. Spitzle. Der gegen die Spitzle. Unten im Fenster war der. Unten, rechts. Unten, rechts. Unten, rechts. Da war der. Und oben ist auch einer, ja. Da, ja. Und oben war auch einer. Ich will es einfach lassen. Ich muss da raus. Und Zone kommt. Lauf links, oben ist der in ihm. Meister, der Aktivwerfer. War der gerade? Ey, mach dich da weg. Ich fahre. Los geht's. Ich fahre. Achso, es geht doch gar nicht so. Na egal. Was ist schon. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Wahrscheinlich snipen wir jetzt durch den Bum, du. Die Zeit ist um. Ziel nicht erreicht. Na ja, am Ende snipen wir nur noch hinten. Ich würde. Vielleicht, ähm, kriegst du noch ein bisschen Geld gesammeln? Oh, blau. Wollt schon fast noch reingehen, Alter. Dass die alle so unentspannt sind. Ja, das stimmt. Mein Gott, schieb da doch einfach jetzt alle drei Platten in den Arsch. Habe ich da gerade selber so ein Geräusch gemacht? Oh Gott. Mein Gott, jetzt war der Arsch wieder der. Was geht's denn? Ich will doch gar nicht mehr. Oh Gott, Gott sei. 이야, schon. Vielen Dank. Yeah, ich bin schon. Mein Gott, Mann, los geht's. Ja, halleluja!